meine lieben freunde es geht weiter hoffe ich zumindest das ob es nicht abschmiert so es gibt hier noch ein paar goldene steine zu holen und da fängt man am besten an mit jemanden der klettern kann so einmal der dann gibt es hier einen relativ simplen dann noch etwas mit veliziraptor veliziraptor der war ziemlich einfach zwei noch ich weiß ja nicht ob der eine stein da auch zu dem anderen gebiet zählt oder nicht ach ja wo wir gerade von veliziraptor sprechen ach so das ist der vergraben doch das war auch gar nicht mal so schwer damit wäre dieses gebiet auch abgeschlossen bis zum nächsten mal und tschau das war der die haben es ungefähr gar